Mit dem Lehrplan 21 wurde das Modul Medien und Informatik eingeführt, das aus den Kompetenzbereichen Medien, Informatik und Anwendungskompetenzen besteht. Zwar gibt es in einzelnen Kantonen ein entsprechendes Fach, das aber nur für die Kompetenzbereiche Medien und Informatik vorgesehen ist. Die Anwendungskompetenzen werden über alle Zyklen immer in die verschiedenen Fachbereiche integriert. Die Anwendungskompetenzen bestehen aus drei Bereichen. Die Handhabung ist mit der Bedienung des Geräts, dem gezielten Speichern und der Orientierung auf der Benutzeroberfläche die Basis für jeden Medieneinsatz im Unterricht. Recherche und Lernunterstützung kommt beispielsweise bei einer Webrecherche in NMG, der Nutzung eines Erklärvideos in TTG oder beim Üben mit einer App in Mathe oder einer Fremdsprache zum Tragen. Und Produktion und Präsentation verweist auf Office-Programme, multimediale Anwendungen und Kollaborationstools, die in allen Fächern eingesetzt werden können. Die Anwendungskompetenzen haben keinen eigenständigen Aufbau, sondern bestehen nur aus Verweisen in die verschiedenen Fachbereiche. Hier ein Beispiel. Diese Kompetenz ist also reichlich vage und sie reicht von der dritten Primarklasse bis Ende dritter Sec. Der Unterschied zwischen Erstellung, Bearbeitung und Gestaltung wird nicht erläutert. Und womit man beispielsweise in der dritten Primarklasse in der Textverarbeitung beginnt und welche Kompetenzen die Lernenden beim Übertritt ins Berufsleben mitbringen sollten, wird auch nicht spezifiziert, wenn man all diesen Verweisen nachgeht. Einen feingliedrigeren Kompetenzaufbau findest du unter 3x3.ch. In diesem Raster werden die Vorschläge für die Einführung einer Teilkompetenz mit satter Farbe markiert. Die blasse Farbe bedeutet, hier wird die Kompetenz wieder aufgegriffen und vertieft. Den Raster kannst du als für die Planung des Schuljahres verwenden, aber auch um im Team die Schnittstelle zwischen den Stufen und Zyklen zu definieren. Eine Absprache im Team ist entsprechend unumgänglich. Darüber hinaus gibt es Plattformen für Schulen mit Windows-Geräten oder iPads, auf denen du Ideen für die Umsetzung im Unterricht findest. Beziehst du die Anwendungskompetenzen bewusst in die Planung deines Unterrichts ein und gibt es an eurer Schule diese Absprache über den Kompetenzaufbau?